Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch noch an das Video, in dem alle möglichen Technik-Youtuber ihren Daily Driver, also das Smartphone vorgestellt haben. Heute gibt es das ganze Video nur mit unseren Kameras. Viel Spaß! Bevor es jetzt losgeht, ein Link zu allen Kanälen ist unten in der Beschreibung und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Hat mich riesig gefreut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hi, ich bin Franz vom YouTube-Kanal Swagtab und ich nutze die Sony Alpha 6300 als meine Hauptkamera. Also objektiv nutze ich eigentlich in 99% der Fälle das Sigma 18-35mm f1.8 und zur Audioaufnahme dann das Rode NTG2-Richtmikrofon. Prinzipiell bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit diesem Setup. Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Sony Alpha 6300, ähnlich wie sehr viele Canon Kameras, ein Display hat, dass man eben in alle Richtungen und zu allen Seiten hin schwenken kann. Leider ist das nicht der Fall. Klar, man kann dann einen externen Monitor nutzen. Das mache ich auch in den meisten Fällen. Das ist allerdings dann wieder etwas an Zusatzgewicht und es gibt einfach einige Situationen, wo man den nicht unbedingt mitschleppen möchte bzw. kann. Insofern, das wäre mein Wunsch. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Hi, ich bin der Andi oder der Fuchs von Fuchsvon und wenn ihr Kilian mich fragt, ob ich ihn nicht mal ein Video über meine Kamera und vielleicht auch mein Mikrofon machen möchte, selbstverständlich mache ich das dann sehr, sehr gerne. Für ihn habe ich mich heute sogar ein bisschen schick gemacht. Okay, fangen wir direkt an. Mit welcher Kamera filme ich? Es ist die Samsung NX500, die ich mir vor, ich glaube, es ist jetzt gut ein Jahr her, gekauft habe. Eigentlich war das Ganze als Übergang geplant, zunächst in, ich sag mal, großen Kamera, aber dann hat sich herausgestellt, dass ich wirklich sehr zufrieden bin mit ihr. Sie hat eine tolle Schärfe, sie kann 4K, sie hat einen unglaublich guten Autofokus. Ich bin mit der Bildqualität zufrieden. Warum sollte ich dann erst mal wechseln? Gut, das ist also die Kamera, aber welches Objektiv habe ich auch? Das wird wahrscheinlich viele von euch überraschen. Tatsächlich drehe ich noch mit dem Kit-Objektiv, zumindest in, ich sag mal, 95% der Fälle. Das ist ein ganz einfaches 16 zu 50 mm Objektiv. War schon in der Packung, ich bin zufrieden. Geht natürlich immer noch ein bisschen lichtstärker, aber für das, was ich hier so mache oder für das, was ich mir hier aufbaue, reicht das vollkommen aus. Der Ton, auch der Ton, den ihr jetzt gerade hört, der kommt von meinem Zoom H5. Auch damit bin ich sehr zufrieden. Viele Einstellungsmöglichkeiten, guter Sound, insgesamt ein tolles Paket und ja, das ist das, womit ich hier aufnehme. Hi, mein Name ist Alex vom Kanal Alexey's Tech und ich zeige euch heute mal, was ich für eine Kamera nutze. Das ist nämlich die Samsung NX1 und vielen Dank nochmal an Kilian, der mir die Kamera sehr mühevoll besorgt hat. Ich finde die NX1 einfach genial, weil sie in dem Preisbereich eine der wenigen Kameras ist, die in 4K mit dem vollen APS-C-Sensor aufnehmen kann. Aktuell nutze ich zwei Samyang-Objektive, ein weitwinkliges mit 12 mm und einer Blende von f2.0 und ein 24 mm mit einer Blende von f1.4. Als Stativ nach wie vor ein Manfrotto mit einem Fluid-Head, mein Klopapier-Slider darf natürlich auch nicht fehlen und als Mikrofon nutze ich vor der Kamera das Smart Love Plus von Rode. Ich bin mit den Aufnahmen insgesamt einfach ultra zufrieden und wenn ich vielleicht mal upgraden sollte, dann vielleicht auf eine Red. Vermutlich ja doch nicht. Hi, ich bin Valentin vom Kanal Valentin Möller. Ich benutze eine Panasonic Lumix GH4 mit einem Speedbooster XL, einem Sigma 18-35mm f1.8, einem Tokina 11-16mm f2.8 und dann ein Rode NTG2 mit Tascam 122 Mark II zum Audio aufnehmen. Und das sind so die Sachen, die ich für meine Videos benutze. Was mir in meinem Setup gefällt, ist, dass zu der Zeit, wo ich es gekauft habe, war es die einzige Kamera, die intern 4K aufnehmen konnte, wo ich es einfach immer mitnehmen konnte, wo ich kein extra Zubehör gebraucht habe, sondern ich konnte es einfach irgendwo hinnehmen, konnte es hinstellen und 4K aufnehmen. Und das war ziemlich cool. Deswegen habe ich mich damals dafür entschieden. Hi, mein Name ist Bruno und als Kamera benutze ich eine Panasonic G70. Das ist meiner Meinung nach noch immer eine der besten 4K-Kameras unter 1000 Euro, insbesondere in Verbindung mit einem Metabon Speedbooster, durch den ich Nikon Objektive benutzen kann und einen größeren Bildausschnitt aufnehmen kann. Zusammen mit dem Sigma 18-35mm Objektiv ist das für mich die Traumkombi, weil das Objektiv ultrascharf ist und mit einer 1.8er Blende sogar mit Festbrennweiten mithalten kann. Hey, ich bin Felix vom YouTube-Kanal Felix Barr und ich benutze die Sony Alpha 7 S1 entweder in Kombination mit einem Atomos Shogun Recorder, damit ich einen Display habe, auf dem ich mich sehen kann und damit ich einen 4K-Output bekomme. Oder eben in Kombination mit einem Gorillapod und einem kleinen Sony-Mikrofon und einem 16-35mm Weitwinkelobjektiv, wenn ich gerade Vlogs produzieren will. Ansonsten benutze ich auch noch relativ gerne meine DJI Phantom 4 Drohne, wenn ich mal irgendwo rumfliegen will oder meinen Edelkrone Slider für smoove Slides. Danke Felix. Ich benutze die Sony NX1 Falterdance. Nein, es ist natürlich nicht die Sony NX1, sondern meine Samsung NX1 mit einem 18-35mm F1.8 Objektiv, was ich jetzt relativ neu habe. Ich habe aber auch noch ein 45mm Objektiv von Samsung, damit ich manchmal Autofokus habe für Bilder und so und noch so ein weitwinkliges Ding, was ich aber eigentlich bald verkaufen will. Dann habe ich natürlich auch noch eine Drohne und zwar die Unique Typhoon 4K. Die kennt ihr ja schon. Und letztendlich habe ich auch noch Slider und so Sachen. Aber das Coolste, was ich jetzt neu habe, ist der Ronin M. Den habe ich mir jetzt ganz neu gekauft und in den letzten Videos habt ihr das wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass da immer so flüssige Kamerafahrten waren. Das habe ich mir eben ganz neu dazu gekauft und meinen Ton, den nehme ich immer über das Rode Link auf, über das NTG 2 oder über das Zoom H5. Das sind ganz unterschiedliche Mikrofone für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke und vielleicht mache ich dazu bald auch mal ein Video. Und bevor ich mich jetzt hier gleich verabschiede, schreibt mir doch unten in die Kommentare, was nutzt ihr für eine Kamera, falls ihr Videos macht oder einfach für Bilder. Würde mich auch mal interessieren, was da so in meiner Community genutzt wird und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao.